Nicht da hinbauen. Ah ja, danke. Hier ist Wuschel. Sag mal, hattest du da gerade Froggy in der Hand? Minecraft, Freunde! Warte, was? Warte, was? Hattest du in der Hand? Nein, nein, nein. Du hast dich sicherlich verguckt. Ich hatte nur einen leeren Käfig in der Hand. Ach so, okay. Ja, ich gehe mal kurz nach Hause. Hey, wer war das? Frosch?